Äh, ich versteh schon, ich versteh schon, ich versteh schon. Spiegel hoch. Spiegel runter. Spiegel hoch. Ah. Alles gleichzeitig. So. Yay. Und schon ist das Ding aufgepowert. Jetzt nur noch hoch. Oder wohin auch immer, wahrscheinlich hoch, ja. Nein, runter. Na dann halt runter. Yay, Bombs. Und. Chuck. Jetzt, ich verstehe. So, jetzt müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen, dass wir hier die Spiegel haben. Die werden da ja größtenteils noch drauf liegen. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Und es sind die alle beide wieder unten. Die sind alle beide wieder unten. Dann gehen wir auch mal runter. Uah. So, als allererstes brauchen wir Der hat gar keinen Spiegel. Ähm. Ach, wir müssen ein Portal aktivieren. Das heißt zum Beispiel jetzt da einfach mal. Ja, das geht dagegen. Ich schiebe das mal kurz weg. So. Dann mal durch mit dir. Gut. Das geht jetzt darüber. Das heißt, ich rauche Dort eins. Dort eins. So einfach ist das. So. Das muss runter. Dann komme ich von hier unten. Ja, da komme ich ran. Falsche Portalfläche. Ich glaube, wir haben das Rätsel eigentlich schon gelöst. Wir müssen, glaube ich, nichts mehr ändern. Ja, sag ich doch. Ist schon gelöst. Also es war schon richtig. So. Das ging ja jetzt schnell eigentlich. Ja, ja. Ich verstehe schon. Keine Kämpfe. Wow. Ja, ja. Ja. Jetzt ist das ganz einfach. Und da eins hin. Das haben wir alle schon gelernt. Und halt, 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 halt. Ach, verdammt. Wir könnten doch auch, wenn es sich dreht, da rüber eins entschießen. Ne. Wer uns bewegt, geht das nicht. Nicht richtig. Und gleich dort eins durchschießen. Rums. Und dann ist das schon alles richtig. Ta-da-da. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir noch 26 Minuten übrig und sind hier schon fertig. Mit dem Teil. So. Huch. Ach ja, klar. Ist klar. Ist schon klar. Die müssen wir da alle hoch, glaube ich. Das da. Wir kommen hier nicht ran. Hä? Ähm. Dann mal kurz, äh. Huch. Oh. Falsche Taste. Von hier aus können wir, glaube ich, alle erreichen. Von hier aus. Nein, können wir nicht. Von dort aus auch wahrscheinlich. Äh. Äh. Klar, da müssen wir jetzt noch mal. Äh. So. Jetzt aber. Und jetzt können wir wieder den Weg nutzen. Dort drüben hinzukommen. Von dort aus erreichen wir alle. Denke ich. Hoffe ich. Glaube ich. Weiß ich. Den richtigen Weg, bitte. Danke. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wir lieben von dir. Ich hoffe, das kennt ihr. So. Ja, schon klar, wozu wir das Portal da hinten brauchen. Erstmal. Ach, falsch. So. Ja. Ja. Und da. Ach, verdammt. Du auch noch. Da muss da ein Portal hin. Und wo? Das Portal muss auf jeden Fall dorthin. Und auch noch, äh. Dort an der Seite war eins. Ich lasse mir jetzt, dass wir dort eins haben, damit wir da durch können gleich. Ja, ja, ja. Ich hätte die Portale von Anfang an gleich setzen sollen. Dann wäre es einfacher gewesen, zu haben ein bisschen mehr Geld laufe. Zeitverschwendung. Oder so ähnlich. So. Da muss da drüben eins hin. Dann müssen wir aber erstmal... Kommen wir da von hier ran? Ja. Und dort bitte. So. Das müsste schon reichen. Das heißt, wir können jetzt schon wieder abhauen, wenn wir jetzt mal eben hier nehmen. Und dann wollen wir da wieder rüber. Wollen wir nur von da alle erreichen. Glaube ich. Denke ich. Äh. Oder? Erreichen wir auch von hier alle? Ne. Bei langem. Bei weitem nicht. Bei langem nicht genau. Bei weitem nicht. Jetzt muss ich ja nur einmal ganz kurz halten. Okay. Und hier erreiche ich das aber nicht. Das heißt, ich mache erstmal kurz die beiden. So. Dann gehen wir da. Bop, 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 bop. Das hat schon gereicht. So. Das hat schon genügt. Äh. Falsch. Da. Ach. Naja. Geh mal kurz da hin. Schießen uns dann ein Portal nach drüben. Oder wir nutzen einfach das da. Wie wäre es damit? So. Und. Ups. Und weiter geht's. Die Kiste haben wir uns nicht geholt. Moment mal. Das gefällt mir aber nicht. Das machen wir noch schnell. Warum habe ich das nicht gemacht? Keine Ahnung. Das ist Rums. Äh. Doch nicht Rums. Wollte das so sagen. Und dann Rums. Aber doch nicht. Haha. Das passt von der Größe her gar nicht. Das kann das gar nicht erwischt haben. Haha. Von der Höhe her. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Oder ist es da drauf gegangen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier fertig. Dann weiter. Kämpfe. Komm. Kämpfe. Höhöhöhöhöhöhöh. Ups. Lalalalalalalalalala. Lalalala. Ah. Aha. Äh. Hallo. Ja. Außerhalb der Welt. Da ist eins. Und wenn wir jetzt da durchgehen, ist es garantiert auf der anderen Seite noch was. Ja. Das hat jetzt auch Energie. Energetische Energie. Äh. Das führt doch nirgendwo hin. Ah. Eine Bombe. Irgendwo muss es welche geben. Da unten. Ja, ja, ja. Mach ich doch. Muss warten, bis das hier vorbeikommt. Sonst explodiert mir die Bombe in den Händen. Äh. Ups. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Leite die Strahlen. Ja, ich bin doof. Na und. Bin ich halt ein bisschen dumm. Lasst mich doch. So. Und einmal durch, bitte. Und einmal dahin, bitte. Ach ja. Ein Power-Up-Portal. Ein aufgepowertes. Und Roms. War wohl immer noch nicht genug. Ja, ja. Roms. Ach Gottchen. Ja, hier. Jetzt aber. Roms. Ja, während wir. Das ist immer wieder, wo wir angefangen haben. Die Strahlen. Ja, die Strahlen. Leite die Strahlen. Die Strahlen. Ich weiß doch. Geräusch. Ja, 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 ja. So. Mit der Richtung können wir nicht laufen, deswegen gehe ich einmal höher. Wo waren die Bomben? Da drüben. Nein. Ich bin dumm. Leite die Strahlen. Äh, kurz. Äh, da. Und jetzt aber da. Können wir jetzt etwas beschleunigen. Entschuldigung. Das war ein bisschen doof. Ich sollte nicht so rumalbern. Sollte ich mal sein lassen, ne? Ja. Halt doch die Klappe. Mach ich doch schon. Das ist auch so, was ich die ganze Zeit mache. Mit den ganzen Rätseln. Einfach so? Siehst du aus? Nee, ich sehe nicht so aus. Also lass mich. Äh, da drüben. Diesmal kein Blödsinn. Heppah. So, da oben. Ach ja, klar. Ich weiß nicht mehr. Entschuldigung.